Heaven Players vs. Royal Academy So Und hier bekommen wir J Das heißt, wenn wir die Mannschaft besiegt haben, dürfen wir J anwerben Dann ist auch das Kick, der Kickerkätchen schalterfrei geschaltet Finde ich natürlich saugut So, 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 so gut Das heißt, wir müssen die nur besiegen, ist egal welcher Rang Und dann kann man sich halt die Leute hier holen Oh, wird nicht abgeblockt Okay, wie sieht's aus? Oh, nice Das erste Tor ist schon mal gefallen Juhu! Genau, das denke ich mir auch Ich denke mal, ich werde Jelly jetzt schon mal holen Damit, damit wir schon mal einen weiteren neuen Charakter haben Soll ja nicht so sein Dass ich nicht zu meinem Wort stehe Das geht so nicht Noch ein Kampfgeist Und da ist J Okay, wir machen einfach mal fangen Ihr macht ebenfalls Kaiser Pinguin 7 So Aber es wird abgeblockt Mit Atlantis-Damm Let's go! Oh, nur geschwächt Come on Nö Oh, nein Ich hätte doch Donzwibbel machen sollen Nein Ers Rang ist weg Egal Müssen wir nochmal machen Müssen wir nochmal machen Oh, shit Da habe ich mich ver Ich hätte Okay Ich dachte, er hält ihn Egal Trotz Trotz Abschwächung Okay, weißt du was? Hier Kriegst du auch nochmal Den Kaiser Pinguin zu spüren So Keiner blockt ab Komm Dann Lassen wir das Okay Die Smarter gehalten Okay Ich hätte Atlas holen sollen Dann wäre es glaube ich Kein Problem gewesen Naja Ich habe mich Ich habe einen Fehler gemacht Es tut mir leid Und Schuss Ja, komm Avalons Attacke Avalon Let's go Da kommt wieder der Metauer Block Negativ Du hältst ihn nicht Okay Das heißt, wir müssen nur noch gewinnen Holen uns Jail Und mit Jail schaffen wir Das auf jeden Fall Aber ich denke mal Wir machen das erst später Wir sind eigentlich stark genug Aber ich habe irgendwie Ich hätte doch Dunstwirbel machen sollen Ich hätte nicht geistig sein sollen Ich war geistig mit den TPs Ich gebe zu Ich gebe zu Ich fass Okay, gut Lass uns das Spiel hier noch gewinnen Oh, Spital Spezialtechnik upgrade Nice Lass uns das So Dann würde ich sagen Aktivieren wir jetzt auch nochmal ein Und zwar den Erz Pegasus Das finde ich eigentlich In Go Chronostorm Viel geiler Wenn die einen Beschwören Darf ich auch einen Beschwören Und Wenn ich sogar Kampfgeist Aktiviere Ist das sogar so Dass der Der am Ball dran ist Tatsächlich auch direkt Schon ausgewählt wird Das heißt Ich brauche nur noch Okay drücken Das finde ich Viel viel Angenehmer Als hier Raus zu suchen Naja Um eins zu sein Aber okay So Somit haben wir 3-1 Sind wir in Führung Dann holen wir uns Wenigstens den A-Rang Komm Ein Tor brauchen wir Das brauchen wir Auf jeden Fall noch Wir greifen mal an Hoffentlich können wir Ihn bisschen dezimieren Ja Ein bisschen Wir haben aber noch Nichts verloren Was das angeht X-Circle X-Circle ist auch Eine geile Technik Alter Guckt euch die mal an Zack Bing Sieht einfach nur Geil aus Das ist Müsse ich sowieso Langweilig Ah ja Okay Du liegst zwar Nach hinten Mit deiner Mannschaft Und du sagst Das Müsse ist Langweilig Interessant Okay Oh wir sind hier los Hoppla Komm schieß 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 Mein Freund Schieß Und er geht rein Nice So damit haben wir Ahrangeholt Das höchste Gefühle Das wir gerade Erreichen können Na ja Gut Jetzt müssen wir Tor verteidigen So wir greifen Nochmal an Was war das denn Was war das denn X-Circle Ne Maltstrom Hält uns Hält uns auf Ist okay Ist okay Für uns Ist wirklich Okay Denn Das gleiche Kann ich auch He he Es ist Maltstrom Brennt X-Circle Naja wer hätte gedacht X-Circle ist einfach Ne starke Dribblings Attacke Aber zum Glück Zum Glück Was abseits Und Was Wieso ich abseits Hinter mir steht da noch jemand Was ist das Warum kriege ich abseits Was soll das Hä Was soll das denn hier Ich war doch nicht im Abseits Oder Wenn der X-Circle sagt Abseits Dann ist leider abseits Da kann ich halt nix machen Ernsthaft Ich bin jetzt davon ausgegangen Dass es nicht abseits wäre Nein Stift Ach komm schon Aha Perfekt Oh ne Stift Komm Sorry Ein bisschen geknatscht Jetzt hier Ich muss noch meinen Stift holen Er fiel runter Nein Wir blocken ab Und auch nicht So Ich hole mir jetzt noch mal Unseren letzten Kampfgeist Und zwar Atlas Ticher Ticher Falls jetzt irgendetwas kommt So Dunstwirbel Yes Narex Siehst du nix mehr Die schiebt dir recht So Und Let's Go Dann Schießen wir halt Wenn's nicht anders geht Okay Kampfgeist verloren Ist kein Problem Turbo Kombo Das hältst du ganz sicher nicht Never ever Ja Haben 5 1 Aber leider kann 5 0 Und das Spiel ist gleich auch vorbei Ist okay Müssen wir nächstes mal besser aufpassen Aber wenn wir Jail haben Ist Wer alles recht Na komm Five up Schiri Dankeschön So Damit Haben wir 5 1 Haben wir ein A Rangeholt Müssen wir halt noch mal Gegen die kämpfen Aber dann haben wir halt auch andere Spieler Ich denke mal Ich werde jetzt schon mal Jail holen Ähm Ja Dann können wir ihn direkt fürs nächste Spiel schon benutzen Tja Gewonnen Sehr nice Und bekommen Schuhe und das Wappen Alles klar Wir sehen uns dann Oder wir 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 Bis nächstes mal Also bis dann